Hallo Lieben, hier ist Christian Schmeier, Schultzenflore und so weiter und so fort. Und ja, ich bin ein neues Video auf meinem Kanal, schau gerne mal auf biebelchip.de vorbei. Da haben wir gerade einen Community Sale, 23% auf meine Kurse bis morgen, abends, Sonntag. Ich habe den Code auch nochmal für meine Abonnenten hier nochmal einmal als Beitrag gepostet, weil dann irgendwelche nicht finden konnten. Gut, genau. Und heute reden wir mal über eine neue Studie, die interessante Ergebnisse gefunden hat, was so Depressionen angeht, die Behandlung von Depressionen. Ich verlinke das natürlich drunter. Und zwar war das eine Studie, jetzt gehe ich hier mal rein, im British Medical Journal. Und die haben 14.000 Leute aus verschiedenen Ländern ja, mit depressiven Störungen untersucht. Insgesamt 218 Versuchsreihen. Und haben gefunden, dass... Ja, also Antidepressiva haben da eine Wirkverbesserung gebracht von den Symptomen der Person von 26%. Aber die Studie hat herausgefunden, dass Joggen bzw. so Walken, Hiking die Symptome zu 63% verbessert hat. Also das ist wirklich Wahnsinn. und sie schreiben, also das... Ja, Training, also effektive Behandlung für Depressionen ist... Ich sag da ja noch ein paar... Vorsicht, das ist jetzt nur eine Studie so, ne? Ähm... Und... Wobei Jogging, Yoga, äh... Genau. Und Krafttraining mehr effektiv war als andere Übungen. Besonders wenn sie sehr intensiv waren. Äh... Also wurde auch... Kommt auch Yoga recht gut bei weg. Ähm... Auch wenn das so relativ, äh... easy gemacht wird, jetzt gar nicht so intensiv, hat es trotzdem Wirkungen gehabt. Ähm... Und Untersucher der Universität von Queensland in Australien haben gefunden, dass Yoga, äh... war so effektiv wie kognitiv, äh... Kognitive Verhaltenstherapie hat beides die Symptome um 55% verbessert. Ähm... Und wobei eigentlich die Kombination von Antidepressiva und... äh... körperliche Bewegung scheinbar, äh... auch recht gut weggekommen ist, oder noch besser. Ähm... Ja, spannend, ne? Ähm... Wobei sie ja auch einschränkend schreiben, äh... Also das... Je nachdem, wie schwer die Symptome sind, also das... Vielleicht doch oft einfach nur körperliche Bewegung, ähm... Ähm... Anbieten vielleicht auch nicht immer das Richtige ist, äh... Ist ja eigentlich... Klar. Also ich sehe es einfach, ähm... Also das ist einfach nur Ergebnis aus der Forschung, was ich hier sehr spannend finde. Ansonsten, ähm... Gibt es ja sehr komplexe, die kann auch jederlei sich angucken, komplexe Leitlinien für Depressionen, was da so insgesamt der aktuelle Forschungsstand ist. Da ist natürlich auch, äh, körperliche Bewegung auch irgendwo aufgeführt. Ähm... Also... Wenn ihr es jetzt hier hört, natürlich... Macht alles so, wie euer Arzt, äh, oder Behandler es, es sagt. Und aber trotzdem einfach ein interessantes Ergebnis, ähm... Gab es ja schon früher Ergebnisse, dass, äh... Sport durchaus die Wirkung haben kann von Antidepressivo. Und jetzt ist es irgendwie sozusagen noch, äh, krasser. Und, also ich finde immer... Brechen wir es mal runter auf den Alltagsmenschen, ähm... Ich habe jetzt auch immer gern meinen Klienten empfohlen, ähm... Ja, also wenn du einfach sagen willst... Wenn du einfach deine Stimmung ein bisschen verbessern willst, regelmäßig Sport machen, vor allen Dingen... Also hier kommt ja... Ich habe... Mein Wissensstand war bisher immer vor allen Dingen Ausdauersport. Aber jetzt hier steht ja eben auch Yoga. Ist vielleicht auch der Gruppeneffekt, so... Ähm... Das Sportmachen ist einfach, äh, die billigste Art irgendwas... Also ähnlich wie so Dankbarkeitsübungen. Es gibt einfach so Alltime-Klassiker, die man wirklich... Wenn man die körperlichen Voraussetzungen hat, wobei es hier steht selbst Walken, ähm... Ich könnte jetzt im Moment auch nicht joggen hier mit meinem scheiß Bänderis, ähm... Ja, aber selbst sich einfach in der Natur bewegen, Walken bringt auch was. Also das ist, denke ich, das Take-away, was wir hier haben, so... Ähm... Dass das eine super Sache ist. Aber klar, es gibt natürlich... Wissen wir ja bei Depressionen auch Zustände, wo man nicht mehr aus dem Bett kommt, da... Ist natürlich an Bewegung überhaupt nicht zu denken, so... Ähm... Ja, super spannend, ähm... Ich hab ja so für den Lifestyle-Bereich, sag ich mal, hab ich ja bei mir auch, äh... Die Mentalheld-Kurse jetzt, wer das vielleicht noch nicht gesehen hat... Gibt's auch einen Glückskurs, ähm... Der auch viele neue Ergebnisse berücksichtigt und... Trauerkurs, Selbstbehauptungskurs, äh... Guck gerne mal rein und, ähm... Was denkt ihr dazu? Habt ihr ja persönliche Erfahrungen, ähm... Mitgemacht, ähm... Wenn ihr auch immer solche Symptome habt, äh... Ja, begegt euch in Behandlung, begegt euch in Therapie, ähm... Ist ja wirklich eine der Epidemien des aktuellen Jahrhunderts, kann man wirklich sagen, ähm... Bin gespannt, was da noch weiter herauskommt, was das vielleicht auch mit Social Media zu tun hat... Unserem Lifestyle, ähm... Ist, äh... Wirklich... Spannende Sache, die körperlichen Krankheiten kriegen wir scheinbar so langsam besser in den Griff... Aber im Psychischen gibt's scheinbar noch viel zu tun oder es hat einfach so zugenommen, ne? Genau. In diesem Sinne, macht die freien Kurse und wir sehen uns bald wieder. Tschau, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018